1, 2, 3 Warte nicht vor zu verlieren Aber nicht so spammend, das ist nicht ok Ich glaub die würde alle oben noch mit 2 kämpfen Geht ihr durch Glas schießen? Geht das? Ne, oben B2 ist nix Unser Base Großer Duck und unser Duck Kevin kann's blenden, ne? B1 Chill einfach da Diesen Duck und Shaft Schaft, Schaft vor dir Ey, er geht nicht runter Ich bleib da Das war eigentlich nicht so ne gute Idee da rauf zu springen Also nicht für mich, dass das schon da ist Ich dachte, der wär doch ein Schacht Eigentlich wollte ich zu Dann hab ich die Schüsse von Dach gesehen Und dann kannte ich ja nicht lang Ja, kram Oh Ähm Auf Dach hab ich Ich hab mal Glas runter Und dann schau'n Eines Unter C-Low geht Treppe hoch Kevin Hab ihm Blend mal B1 Kevin B2 oben ist er nicht Schaft Oder? Dach Oder bist du das? Oben auf B2 Oben B2 bin ich Ich hab versucht zu messern, aber Seele oben Kevin Oder Bombe Okay, nice Aber das macht viel mehr Spass Auf deinem Deutsch möchte ich ne? Ja Eigentlich ja Spielt Burak eigentlich nicht mehr? Keine Ahnung Achso, der hat Dich abgeziehen Jo Und hast du noch was gehört von einem Typ Der hat der Account verkauft für dich? Nö, du Aber gut gemacht ne? Dach, Große Dach Irgendwo Mainway Große Dach einer Irgendwo Mainway seiner Danke Große Dach einer, der kann Sido runter springen, ne? Pass auf Ja, ich weiß, ist er auch Genau in dem Moment, wo du gesagt hast, war hinter mir Sido oben Ja, kenn dich Meins auch, ich trepp auch nicht so gut Das war unnötig, aber ich hab gehört, dass da einer von hinten kommt Ich spiel lieber mit EM, aber so Aber der macht keinen One-Shot, ne? Ja, eben, das ist dober Mit links, wir haben zu einem DE gespielt, das haben die DE gewöhnt Und die spielen jetzt gar nicht zusammen, ne? Ich hab gesagt, mach was ihr will, aber so verlieren wir Weil keiner zusammenspielt Alle gehen allein und die kommen immer mit 2-3 Pack, Dach Oh Junge Ja, und unten links war auch einer Ja, aber das meine ich, wir spielen gar nicht zusammen Ja, lass doch mal zusammenspielen Ich glaube, das ist ja dumm Ich glaub, das ist ja dumm Ich lasse nächste Runde alle B1 reinpushen, ok? Ja Einfach direkt Da geht immer einer Dach Einer ist über dir, hast du nicht gesehen? Ich hab die Shadow gesehen Silo oben Silo oben, oder vor dir da Nice Achso, wir sind blau hier Oh ne, wir sind noch rot, ne? Ja, oder Wir können alle B1 furschen, oder du gehst Silo und dann Dach hoch Ja, ok, dann geh ich Silo und Dach Ja, ok, dann bleib ich mein Dann geh ich rote Dach Und Kevin soll mit dir mitlaufen Aber ich geh rote Dach, so dass die Nicht zu dir schauen, ne? Ok Ich mach dann extra so Granaten und so Einer ist große Dach Beide sind große Dach Loll Da waren zwei Große Dach Da haben wir auch genug Da haben wir auch genug Dach 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 Und die Dach Mit Ich kippe zwei oben Kevin kannst du in Schaft campen, dass sie nicht von Schaft hinter uns kommen können Oder Silo oben, Silo oben Kevin Kommen wir mal Silo oben Ich kippe zwei Andere, schilden Einer ist der große Dach Große Dach ist der letzte Siehst du wo er lang geht? Kevin, geh mal in Schaft Er ist runtergefallen Er ist vom Dach runter gesprungen irgendwo Unter dir Kevin Da kommen bei Kevin, bei Silo Wie viel Leben? Nice Hey Robin Ja? Wir heißen Frauen die ihre Tage haben Was? VD? Die? Die ihre Tage haben Äh, Frauen? Nee, Ketchup nicht Mach jeden Runde gleich, ne? Mainway Ich hab mich nach runtergedehnt Alle, alle, alle da Vor dir Kevin, alle drei Ja, da Gehen, gehen große Dach Links von dir Pascal, links Unser Base Bei Panzer Gehen große Dach Wo? Da, alle Noch ein Oder Dach Das Dach Das Dach, das Dach Nö, ist ja nicht Weil, der Sound war verbuggt Echt? Ich hatte eine Hörer nachgeladen Ich habe gar nichts gehört Aber das kann sein, ich hab bei Kevin geschaut Hast du Kevin nachgeladen? Warne Schilde Ja, der warne Schilde Ja, der warne Schilde Ich hab mich gewundert Ich hab was gehört Mach wieder das gleiche, ne? Ja Ja, tatsächlich Mainway Nice Guck mal, ein Mensch gegen Mensch kann er Ja, oder auch nicht Hallo? Hab ihn Irgendwo jumpen Ich glaub Dach oder Schach gerade Ich bin... Dach Schafft sie Ja Irgendwo hat gerade keine Probleme Unter, unter Steps Silo, Silo Komm Silo Silo Löse Der hat unser Zeitpunkt Cody jetzt gefressen Silo oben Oh Leute Siehst du ihn? Hä? Ja Nice Danke Das ist sicher nicht so viel Abbrauchen zu machen